was geht ab was geht darum heute herzlich willkommen neue szenario video und neue patch neue content patch notes sind draußen für den patch der wohl morgen am dienstag schon kommt also am 19 ja da gibt es neuen content wir gehen einfach mal darauf ein das neue gameplay wurde hinzugefügt himmlischer ring das war was haben wir denn hier 1 wir gucken auch mal hier was es hier gibt auf dem bulletin board da kommt auch was vom 22 da kann man wohl neuen skin von von grace bekommen grace ist das nicht die neue die auch kommt grace ist doch neue ding ins neue collection hier oder also wir haben ja diese anna haben wir bekommen die kriegt auch im neuen skin auch am 22 das am freitag hier am 22 kommt dann der neue collection hero die grace kommt einiges hier dann kommt am 22 eis und schnee event und dieser ring hast du genau dieser ring dieser battle ring oder dieses neue content kommt morgen anscheinend schon genau das ist der himmlische regen der kommt morgen schon okay dann die neuen held talente wurden hin zugefügt unbeugsames herz und heldenfeder das limit für neue talente wurde erhöht okay das weiß jetzt nicht genau was die neuen halben talente bringen aber das sind wohl anscheinend irgendwelche talente mit denen wir noch die helden dann erhöhen können ob wir das dann durch diesen ring bekommen würde natürlich irgendwie irgendwo sinn machen glaube ich die neuen kapitel der hauptkampagne wurden hinzugefügt kapitel 36 bis kapitel 38 das für mich persönlich uninteressant ich schwieg gar kein kapitel da ist mir zu langweilig und das bringt irgendwie nichts in dem spiel man hat eh genug erfahrungen deswegen warum soll ich das spielen so die memes von collection hero wurden hinzugefügt die neue ladeseite wurde aktualisiert auf eis und schnee optimierungen und antassung kleine menge gold im täglichen shop hinzugefügt man kann es jetzt mit diamanten kaufen die anzeige des karnevalereignis wurde optimiert man kann das symbol ausblenden nachdem man alle quests abgeschlossen hat okay die anzeige des eingangs zum anpassen der ausrüstung auf der einsatzseite wurde optimiert sie ist jetzt resident das meine mit resident dass sie immer dass man da immer darauf zugreifen kann das wäre gut weil sonst konnte man ja in der einsatzseite da immer nur darauf zugreifen wenn man was nicht gekippt hat und dann ausrufezeichen war glaube ich so fehler behoben die falsche anzeige der kampfkraft in der arena wurde behoben habe ich mal gespannt was das bedeutet das problem wurde behoben dass die stufe der herrscherprobe nach dem gutschein für die schnelle löschung der herrscherprobe nicht aufstieg also dass es nicht schwerer wurde okay das problem dass die chat quest im top duell kanal nicht abgeschlossen werden konnte wurde behoben das problem mit dem normalen anstieg der werte nach dem aufleveln einer exklusiven waffe wurde behoben konnte ich nicht das problem das war ja nicht von augustus eingesperrt werden konnte wurde behoben konnte nicht eingesperrt werden das problem dass luna manchmal nicht als erstes objekt objekt von assassin gewählt wurde wurde behoben also auch da mit luna nerf an der stelle doch bin sehr gespannt ich freue mich auf die events ja auf den neuen kollektion hier freue ich mich nicht so sehr weil ich nicht wirklich tickets hat und das wieder einfach gefühlten ganzes jahr dauern wird bis ich den am start habe aber ja so ist das ja aus kindes bin ich auch immer nicht so der wer so jetzt bin ich so der skin begeisterte aber ich freue mich auf dieses board was morgen kommt dieses diese art neue neue kampf arena ansonsten ist die woche nicht ganz so viel bis jetzt passiert in die nahe es gab halt wie gesagt das wolkenreich ist wieder auf das geht bis sonntag freue mich auf die winter events und bin sehr gespannt was wir da bekommen leute was denkt ihr was da alles noch so bekommt kriegen wir coole belohnungen wenn ja was schreibt mal gerne rein was ihr denkt und auch was ihr von was ihr denkt was der dungeon morgen bringt sind das diese talente wo ich gerade vorgelesen habe bin ich sehr gespannt kommt auf jeden fall einiges auf und zu gerollt und ich hoffe einiges gutes in dem sinne ich hoffe das video hat euch kurz gefallen lasst einen daumen nach oben haut ein abo raus und ja verpasst keines der weiteren videos peace euer risan 1